Aufwachen! Bitte aufwachen! Hilfe! Aufwachen! Bitte aufwachen! Hilfe! Hallo! Hilfe! Wie bitte? Wie bitte? Talking! Talking! Talking Angela? Talking Angela? Was zur Hölle machst du da? Was zur Hölle machst du da? Sie klappert mir die ganze Zeit nach. Sie klappert mir die ganze Zeit nach. Wer zur Hölle hat Talking Angela hier aufgemacht? Wartet mal, lass die mal ganz kurz weg tun. Was geht ab, Leute? Und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf diesem Kanal, Leute. Habt ihr irgendwas gesehen, dass irgendjemand Talking Angela hier hingelegt hat? Schreibt's dann bitte in die Kommentare und droppt gleich mal das Video mit 2000 Likes, Leute. Das kann nun... Wartet mal. Es war Wednesday Adams. Wie bitte Talking Angela? Wednesday Adams hat mich hier reingetragen. Wednesday Adams hat mich hier reingetragen. Okay, wartet mal ganz kurz. Ich... Leute! Ich kann mir das nicht vorstellen, dass... Wednesday Adams... I'm... Hands... Hands... With my hands... Hands... With my hands... And I feel alright... Ich kann immer noch nicht den Tanz, aber... War schon wieder Wednesday Adams hier gewesen? Aber was zur Hölle? Okay, vielleicht sollten wir doch nochmal mit Talking Angela sprechen. Okay, lass uns nochmal die App drauf machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie mit Talking Angela zusammenarbeitet. Okay, was sollen wir jetzt machen? Sollen wir die App nochmal aufmachen oder sollen wir direkt Wednesday Adams nochmal anschreiben? Okay, lass uns nochmal die App ganz kurz aufmachen. Talking Angela hat einen Geheimeingang. Wie bitte? Bei... Ja, bei dir hier in der Wohnung. Und zwar im Badezimmer. Mein Gott, Leute. Das kann doch nicht wahr sein. Okay, Talking Angela. Okay, du bleibst mal hier. Ich will auf jeden Fall, dass dir nichts passiert. Ihr hört's gerade selber. Talking Angela... Wednesday Adams hat anscheinend wirklich hier... Höh... Höh... Ein Geheimeingang. Und... Ich weiß nicht, wie sie an mein Handy gekommen ist. Lass uns kurz mal nachschauen. Das kann doch auf jeden Fall nicht wahr sein. Talking Angela. Wir schauen ja rein, okay? Leute, Talking Angela sagt, wie nehmen sie jetzt auch mal hier mit? Dass Wednesday Adams irgendwo hier drin einen Geheimeingang hat. Ja? Stimmt das wirklich, Talking Angela? Ach, pass wirklich auf. Okay, Talking Angela, ich packe dich jetzt mal auf die Seite. Weil sonst blabbert mir die ganze Zeit nach. Wir schauen mal, ob das wirklich stimmt. Kommt mit. Kommt mit. Kommt mit. Könnt ihr das... Kommt mit. Könnt ihr das hier oben sehen? Anscheinend kommen Wednesday Adams wirklich hier die ganze Zeit rein. Vielleicht können wir sie jetzt endlich besiegen, Leute. Vielleicht haben wir jetzt endlich die Möglichkeit. Nur doch Talking Angela. Pass auf. Warum? Hinter den Vorhang können sie sich verstecken. Okay, Talking Angela. Aber ich... Talking Angela sagt, dass irgendwas hinter den Vorhang ist. Okay, wir haben ja schon gesagt, dass sie da irgendwo von oben rauskommt. Sollen wir jetzt einfach mal den Vorhang öffnen? Ja, versuch es. Okay, Leute. Ihr habt es gehört. Dann lasst es uns mal versuchen. So, einmal los. Kommt, Leute. Warum zuhören ist es nicht ausgegangen? Das kann noch nicht wahr sein. Lass es... Guck, Leute. Ich höre was. Okay, wir haben jetzt die absolute Möglichkeit, das Ding zu öffnen. Aber ich habe doch was gehört, oder? Wednesday Adams. Wednesday Adams. Sie muss hinter dir. Sie muss hinter dir. Was zur Hölle? Lass uns mal versuchen, das Licht wieder anzumachen. Wednesday Adams. Sie hat sie doch gerade auch gesehen. Oh mein Gott, sie... Sie scheint irgendwelche Zauberkräfte zu öffnen. Dieses Bad ist auf jeden Fall verflucht. Wenn ihr Bock habt, dann können wir mal Bloody Mary spielen. Aber lass uns sofort hier rausgehen. Oh mein Gott. Das ist gar nicht wahr sein. Das ist gar nicht wahr sein. Das ist gar nicht wahr sein. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier einmal gefunden. Wir müssen uns jetzt auf jeden Fall irgendwie einen Plan überlegen, wie wir Wednesday Adams besiegen können. Wie können wir sie besiegen? Okay. Ich danke auf jeden Fall an Talking Angela. Sie hat mir den Hinweis gegeben. Aber ich bin mir wirklich extrem unsicher, wie wir das Ganze machen sollen. Wo ist denn die Fernbedienung da? Lass uns mal ganz kurz hinsetzen. Okay, Leute. Mir fällt gerade so eine Idee ein. Letztes Mal hat Wednesday Adams die ganzen Lichter ausgemacht. Könnt ihr euch erinnern? Und diesmal machen wir es. Wir machen alle Lichter aus. Und dann verstecken wir uns. Und diesmal stellen wir Wednesday Adams eine Falle. Es kann doch nicht wahr sein, dass sich ständig die Lichter ausmacht und uns dann erschreckt. Ja. Ihr habt es gerade selber im Badezimmer gesehen. Wir haben ihr die Pfanne gestaltet. Okay. Lass uns mal schnell alle Lichter ausmachen. Weil ansonsten wird sie hundertprozentig reinkommen. Wir haben die Taschenrampe da. Die werden wir auf jeden Fall anmachen. Lass uns mal alles hier ausmachen. Alles ausmachen, bitte. Es wird jetzt ein bisschen dunkel werden. Es wird gleich dunkel werden. Und ich würde sagen, die Wohnung ist eh... Oh mein Gott. Die Wohnung ist ja eh nicht groß. Wir verstecken uns. Kommt mit. Wir müssen aber auch gleich das Kamera nicht losmachen. Wir verstecken uns. Hier hinten. Und dann schauen wir mal, was Wednesday Adams macht. Okay? Ist es eine gute Idee? Ich glaube... Warte mal Leute. Könnt ihr das hören? Oh mein Gott. Wir müssen das Licht losmachen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Warte mal. Lass uns... Manc Adams? Lass uns... Oh mein Gott. Sie ist wirklich... Oh ich sie ist hier. Aber was? Sie macht irgendwas an der Wäsche. Was zu? Oh. Oh das ist so dumme. Was geht denn? Was macht sie hier? Das ist unglaublich! Worin geht sie? Sie scheint mich zu suchen! Now you look to me and you can attack me! Sie scheint mich zu! Oh mein Gott! Sie schaut auf uns! Nein nein nein! I have no idea! Nein, nein, nein! Mein Seher? Mein Seher? Mein Seher? Aufwachen! Sehr da! Oh, mein Gott! Talking Angela? Talking Angela? Du bist schon wieder da? Und wieder da? Warum redest du die ganze Zeit nach? Das kann noch nicht wahr sein. Bitte rede mit mir! Sag mir, was passiert ist! Okay, dann helf mir. Was soll ich machen? Lass uns einen Plan schieben. Okay, Talking Angela, dann frage ich jetzt auch mal die Zuschauer. Ich brauche auf jeden Fall deine Hilfe. Ich will mit dir keinen Stress haben, okay? Okay. Okay, Leute, dann lasst uns mal Talking Angela wegpacken. Ihr habt selber gehört. Wir haben jetzt die Möglichkeit, Talking Angela auf unserer Seite zu sehen und somit unsere Wednesday-Ernst zu besiegen. Vielleicht kommt es die Woche zum Finale, Leute. Ja, ich weiß ja nicht, was passiert. Vielleicht können wir am Mittwoch, was sollen wir am Mittwoch machen? Vielleicht können wir Bloody Mary, Bloody Mary spielen. Das wäre eine gute Idee und dann noch mal mit der Thron überwachen. Ich weiß es nicht mehr. Wir haben schon zehn Videos gemacht und wir hatten bis jetzt noch keinen Erfolg mit Wednesday-Ernst. Es ist unglaublich, Leute. Es ist unglaublich. Ich weiß es wirklich nicht mehr, wie es weitergeht. Ich brauche jetzt dazu auch eure Hilfe. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr diese Woche sehen wollt. Es ist das endgültige Finale von Wednesday-Ernst, okay? Schreibt es in die Kommentare. Dann sei noch gesagt worden, am Ende es wird noch einer gegrüßt. Wenn du hier draußen auch gegrüßt werden willst, dann schickt dir das Video jetzt an fünf deiner Freunde. Dann wird ein schöner Kommentar hier eingeblendet. Und ich will sagen, ich lege mich jetzt auch schlafen und ich überlege mir noch mal ganz genau, wie es mit Wednesday-Ernst weitergehen kann, Leute. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich bin ratlos. Haut rein. Ich weiß es wirklich nicht mehr.